Musik Jo Leute was geht denn damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir den Siva und eurem Game-Up-Browser-Freunde heute gibt es ein ganz gepflegtes Best-Off da haben wir auch noch vom Stream von Sonntag nur SBC-Packs drin wir haben Rewards zwei Prime-Icon-Player-Picks einer davon hat richtig gegönnt, der war richtig geil und wir haben noch 85 Plus-Packs Kampagnen-Wunder-Tüte, also auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Video hier, wenn ihr die Streams nicht verpassen wollt ich bin bei Twitch Live, jetzt die Woche nicht ich bin im Urlaub, aber danach, ab Sonntag bin ich wieder am Start, das heißt es fallen auch nur jetzt zwei Streams noch aus, wenn ihr das seht Sonntag bin ich wieder am Start und da hasten wir auch direkt die Weekend League durch ihr könnt ja auch schon mal Team-Vorschläge in die Kommentare schreiben was ich bauen soll, das mache ich dann glaube ich im Urlaub dass wir Sonntag die Weekend League hasten können ich hab richtig Bock Freunde lasst einen Like da, wir versuchen 3000 Likes in der ersten Stunde ich würde mich freuen checkt auch Twitch ab, wie gesagt das streame ich, haben jetzt gerade die 260k Follower geknackt und schreibt mal gerne rein wie eure Prime-Icon-Player-Picks waren habt ihr die gemacht, habt ihr was cooles gezogen bei mir war es ganz geil Freunde ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Best-Off viel Spaß, let's go fuck chat alter, es tut mir leid, einigen Leuten bin ich wahrscheinlich heute zu hübbelig die anderen haben glaube ich einfach, die freuen sich, dass ich so gute Laune hab aber ich hab heute gute Laune wenn die Weekend League mich heute nicht bricht, könnte das ein L von 10 stream werden weil ich bin, die Poren tanzen die tanzen die Poren ich bin da okay 11 Millionen auf nein 11 Millionen auf nein das ist, äh, ungünstig was hier Wette ist da, Monitor aus wir machen ein guck mal hier guck mal da oh, guck mal hier die beiden Stürmer das waren legenden Freunde die haben damals wirklich mhm warte mal, bin ich bin ich auf dem Ding drauf? ja, perfekt Doppel R1 dann sind wir auf den Attribut-Details Fantasy-Foot in now we talk about Wamos Dembélé bitte geil du Rosesar-Torwart nicht brechen nicht brechen nicht brechen nicht brechen oh oh ich war falsch wo muss ich hin? ich war 1 zu weit hä? 1 zu weit? Wamos Dembélé? Wamos Dembélé? Wamos? nee, ist kein Wamos Dembélé ich glaube Wamos Dembélé hat viel mehr passend aber who is this guy? Tripling sieht oh oh sieht nach einem 8er oder so aus ja alter oder ein AV nein nein Bruch ich hab ihn schon ich glaube ich hab ihn schon nein ich hab ihn schon ich hab ihn glaube ich schon oder? weiß es einer? hab ich den schon? hab ich schon scheiße guck mal ich tu was für die Spannung jetzt sehen wir nämlich gleich nicht mal mehr was das für ein Kartentyp ist ja perfekt perfekt jetzt sehen wir nicht mehr was das für ein Kartentyp ist klasse UE4 Europa League Road to the Road klasse funktioniert nice ein Profi-Streamer am Werk und der macht's hauptberuflich Road to the Road Ansufati Memphis Depay 91 EFE Memphis 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 I call the kid by the name es ist Memphis oder? alter wer auch immer du bist deine Stats sind geil alter es ist Memphis nein nein ich liebe die Karte der ist cool in FIFA 20 war ich verliebt in ihn oh nein ich dachte Memphis nein Depay is Road to the Final ahja Depay mit Barcelona gerade auf krassen Champions League Run sagst du kuss dankeschön Barcelona Fans nicht abtriggern immer dran denken 0-4 denkt immer dran Schalke 0-4 Barca Real 0-4 oh gut oh ich muss auf R3 R3 was haben wir hier offensiv bitte kein Keeper das sieht ja Boden wer bist du denn? ich glaube ich weiß es es ist Gio Reyna da fällt einmal auf wie Bodenlos die Stats von Serge Gnabry aussehen schade schade Serge sieht nicht geil aus äh 2 zweite Karte und jetzt reden wir und jetzt reden wir alter und jetzt reden wir sit down und nobody redet jetzt 95 Efe und jetzt reden wir äh 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 ich hab Kilian ich hab Kilian ich hab Kilian ich hab doch nicht Kilian ich hab irgendeine Muckkarte ähm ja was soll ich sagen was soll ich sagen die Dinge sind wie sie sind das ist halt Bruder dein Papa lässt den hässlichsten Fußball spielen den ich je gesehen hab Giovanni ruf deinen Papa an und sag ihm sein Fußball ist scheiße will keiner sehen und wer zum Fick spielt 5-5-0 5-5-0 5-5-0 was denn das ja Mods äh guck mal bitte bei Football nach ob hier ein Spieler mehr als eine Million gekostet hat äh mehr als 500k gekostet hat also ja Prime Icon Player Pick ich brauch was cooles äh so okay erste Prime Icon let's go äh nee 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 ehrlich nicht ne ich glaub das ist er nicht ich glaub das ist er wirklich nicht ich weiß nicht was das hier sei neee nee das ist es nicht der Spucker ist es wirklich gar nicht nee weiß ich nicht ob das so cool ist für die Wette auch schon mal schwierig jetzt kommt gleich ein 96er erneut dann ist Olgoth bitte ein guter Efe Wert Efe Wert heißt immer guter Schürmer heilige Scheiße oh mein Gott oh mein Gott wow ruhig bleiben nicht überpacen alter 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 oh mein Gott wer bist du alter wer ist das und warum ist er so krass Halt's Maul wer ist denn das alter oh mein Gott es ist nicht R9 R9 hat nicht 95 passen wer hat 95 oh nein oh nein oh nein die Leute packen L und F rein ich glaub es ist Baggio ich hab das blöde Gefühl es ist Baggio ich glaub es ist Baggio es ist noch schlimmer ich hab den doch schon es ist noch schlimmer es hat so gut angefangen es hat so gut angefangen ich hab das gesehen und ich dachte Cruyff Ronaldinho R9 gib mir alles was du hast ah fuck Aber es ist noch ein dritter. Aber, ey, gut, dass ihr alle schon so Minus 1 reingeschrieben habt. Sonst wäre ich jetzt wirklich lange auf was richtig Gutes gehypt gewesen. Okay. Eike Nummer 3. Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Könnte aber, wenn ich einen weiter nach oben gehe, anfangen, scheiße auszusehen. Sieht scheiße aus. Boah, vorbei. Ohne Witz. Boah, geht in Ordnung. Geht in Ordnung, Alter. Ich gehe mit Taurus. Taurus nehme ich mit. Ist voll okay. Geht wirklich voll in Ordnung. Mit dem Taurus kann ich arbeiten. Ich habe mir, bin ich ehrlich, habe mir mehr erwartet, also mehr erhofft. Erwartet ist vielleicht falsches Wort. Aber, perfekter E-Mode für die Situation. All good. All good. Ey, krass, Alter. Chat. 14 Siege geholt auf dem Freitag. Ich bin um 22.36 Uhr mit der kompletten Weekend League durch. Alter. Alter. Krank. GG's. Absolut geiles Team gewesen. Hat super viel Spaß gemacht. Ohne Witz. Das war mal so wieder richtig altes Weekend League Schwitzter Feeling. 20 Games an einem Tag. Es hat ultra Bock gemacht. Boah, war ein richtig geiles Team, Alter. Ein Star so wie Neymar. Ah, ja. Das gehen raus, dann alle Kaiserslautern-Fans. Come on, bitte. Boah, ich nehme Lazari mit. Lazari ist okay. Kann man mal zocken. Lazari geht fit. Come on, Digga. Kommt schon. Kommt schon, ein Star so wie Neymar. Der Lord weiß ich ja auch nicht. Weiß ich ja auch nicht. Aua. Aber ich habe ja hier noch ein paar Packs. Aber man musste schon vom ganzen Warten eine Thunfischdose essen. Name a better love story than Simao und seine Thunfischdose. Oh, ich muss mein Monitor ausmachen. Fast verkackt. So. Emote only. Uah. Ne. Ne, ne. Ne. Uah. Uah. Das sieht nach einem Insagi oder so aus. Oder Van Nistelrooy. Vorbei, geht sogar. Drogba. Das ist okay. Brian Didier Drogba. 91. Nichts, was man haben will, aber ist okay. Zweiter Icon. Come on. Ja. Oh. Könnte. Könnte. Ach, schwer. Da hast du Stürmer auch. Holy shit. Holy shit, wer bist du? Uah. E2. Alter. No. W. Big. 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 Yes. Yes. Alter, was ne Banger Icon. Der EFE-Wert hat mich so abgeschreckt. Aber ich bin auch Curbshot-süchtig. Kostet ne Million, Junge. Tom BVB. Ich küsse deine Dortmunder Kuppe für die Icon-Player-Picks, die du gemacht hast. Let's go, Junge. Der ist richtig geil. Der ist richtig geil, Bruder. Wir brauchen jetzt ein 93er-Rating für die Wette. Uah. Das ist ein Verteidiger. Das ist ein sehr guter Verteidiger. Oder ist es vielleicht sogar ein Sechser oder ein Achter? Ja, ne. Das ist ein Verteidiger. Uah. 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 Iiii. Iiii. Bobby Moore. Moch. Und es fehlt ein Rating für die Wette. Das tut mir so leid. Aber Eto nehmen wir. 1,1. Na, eine Million glatt ungefähr. Eher 1,1, wenn man rundet. Na, doch eine Million glatt, wenn man abrundet. Sehr stark, Chat. Sehr stark. Richtig cool. Über den freue ich mich. Der ist sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bye. Auf Wiedersehen. руз 兽